Sind Sie in Ihrer Heimat geschlagen worden? Ja. Müssen Sie so machen? Ja, müssen Sie so machen. Ich schlage nicht. Istanbul. In den Dominikanischen gegangen? Ich komme aus Afghanistan. Kabul ist Pakistan. Islam ist Iran. Alles mit dem Auto? Ja. Und durch einen Tag Schlauch. Für ein grosses... Ah, ein Schlauchboot zum Pumpen. Italien bis Frankreich. Besuch Frankreich. Sie bezahlen für diese Autos? Ich habe 20.000 Dollar. Ihr Wunschberuf? Traumberuf als Kind? Nein, ich habe keinen. Sie haben keine Träume? Sie denken viel darüber nach, ob Sie bleiben dürfen. Natürlich sind Ihre Voraussetzungen schlecht. Aber glauben Sie doch an Ihre Chance. Nehmen Sie diese Chance. Woher Sie kommen? Ich komme aus Serbien. Dann schaffen Sie etwas, was niemand glaubt, dass es möglich ist. Sie wären bereit, dass wir eine zusätzliche Parkestelle noch schaffen würden. Wow. Ich spreche ganz, ganz schlecht. Ich habe eine Schuhe. Mhm. 25 Wochen müssen Sie eine Lösung haben. Dann ist die Schule fertig. Aber wenn ich sehe, dass Leute in ihr Unglück laufen, die zwei Jahre bei mir sind, dann darf mir das nicht egal sein, sonst bin ich wirklich an der falschen Schule. Wieso geben die so viel Mühe für uns? Es stimmt, dass wir manchmal euch auf die Nerven gegangen sind. Hey. Aber das war vielleicht ein Schicksal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020